Die Kathedrale von Thurs ist eine gotische Kirche, die dem heiligen Geizianus geweiht ist, dem ersten Bischof von Thurs. Sie ist Sitz des Erzbischofs von Thurs Bernhard-Nikolas-Obertin-Ossist. Baugeschichte Eine erste Kirche wurde um 338 gebaut. Spätestens im 6. Jahrhundert brannte sie ab und wurde durch einen neuen prächtigen Bau ersetzt, den Gregor von Thurs 590 weite. Im frühen 12. Jahrhundert entstand eine dritte, romanische Bischofskirche, die aber bereits 1166 ausbrannte. So wurde um 1220 ein 1230. mit dem Bau einer neuen Kathedrale begonnen, die über den Vorgängerbauten als Basilika errichtet wurde. Um 1280 wurden der Chor und die Absis unter der Leitung von Etienne de Mortagne vollendet. Doch schon 1267 waren feierlich die Reliquien des heiligen Mauritius und seiner Gefährten in die Kirche übertragen worden. 1465 wurde der Bau eingewölbt. Das Querschiff und die beiden ersten Joche des Langhauses waren von Simon Dümanns, die restlichen Joche von Jean de Damartin errichtet worden. Der Nord- und Süddom wurden 1509 bzw. 1507 fertiggestellt. Sie sind 70 Meter hoch. Beide schließen mit einem von Viereckfialen umgebenen Oktogon mit Renaissance-Helmen und Laternen ab. Sie wurden vom Architekten Pierre Valens gestaltet. Baubeschreibung Das Gebäude mit seinen 70 Meter hohen Türmen aus dem 16. Jahrhundert wurde auf einer leichten Anhöhe gebaut, um die Kathedrale vor Hochwasser der Leure zu schützen. Aufgrund der langen Bauzeit repräsentiert die Kathedrale sämtliche Entwicklungsstufen der Gotik bis hin zur spätgotischen. Zwischen 1426 und 1547 von den Baumeistern Jean de Damartin, Jean Papin und Jean Duran gestalteten Fassade. Diese gilt mit ihrem reichen Schmuckwerk den durchbrochenen Bogenfeldern. Blattverzierten Wimpergen und Archivfolgen mit Bogengehängen sowie zahlreichen Fialen und Nischen als eines der prächtigsten und reichsten Beispiele des Flamboyantstils. Der weiträumige Innenraum wirkt besonders im Langchor, dessen Oberwand durch ein Treiforium und die hohen farbigen Fenster der Absis vollkommen aufgelöst erscheint, lichtdurchflutet, leicht und elegant. Gleichzeitig hat dieser sechsjochige, fünfschiffige und dreigeschossige Teil der Kathedrale mit einer lichten Höhe von 29 Metern monumentale Dimensionen. Das achtjochige Langhaus ist ein wenig schmaler und wirkt kompakter. Nördlich der Kathedrale befindet sich der dreischiffige Kreuzgang Lapsalette. Maße Länge des Hauptschiffs 90 Meter Breite des Hauptschiffs 32 Meter Höhe des Hauptschiffs 29 Meter Länge des Querschiffs 48 Meter Breite des Querschiffs 10 Meter Höhe des Querschiffs 29 Meter Höhe des Nordturms 68 Meter Höhe des Südturms 69 Meter Ausstattung und Fenster 1562 verwüsteten die Bilder stürmenden Hugenotten St. Garzien und zerstörten dabei auch die Portalstatuen, die bis heute junasetzt geblieben sind. 36 heute in der Kathedrale befindliche Skulpturen wurden um 1850 von dem Bildhauer Thussien gefertigt. Die Glasfenster stellen den bemerkenswertesten Teil der Kathedrale dar. Die 15 prächtigen Fenster der Absis und die darunterliegenden Destralforiums wurden zwischen 1265 und 1270 eingesetzt. Ihre Glasmalereien erzählen heiligen Legenden, illustrieren die Erschaffung der Welt sowie die Passion Christi und stellen die Bischöfe von Thurs dar. Die Fensterrose der Fassade stammt aus dem 15., die des Querschiffs aus dem 14. Jahrhundert. In der ersten südlichen Chorkapelle steht das Marmorhochgrab für Charles Orland und Charles Söhne Karls VIII. Orgel Die Orgel geht in Teilen zurück auf ein Instrument aus dem Jahre 1521 von dem heute noch das Orgelgehäuse stammt. Das Instrument wurde im Laufe der Zeit mehrfach restauriert und auch erweitert, etwa im Jahre 1762 um ein Rückpositiv und ein Echowerk. 1928 bis 1929 wurde das Instrument noch einmal komplett reorganisiert und mit elektropneumatischen Traktoren ausgestattet. Das Instrument hat heute 56 Register auf drei Manua-In- und Pedal. Die Echowerkrisen Die Echowerkrisen Vielen Dank.